Es ist 23 Uhr, WDR aktuell. Die Nachrichten mit Annette Wieners. Guten Abend. Russland reagiert auf die westlichen Sanktionen. Deutet dies, dass vier Diplomaten hier in Moskau und ihre Familien ihre Koffer packen müssen. Es ist dieselbe Zahl, wie Russinnen aus Deutschland ausgewiesen wurden. Schäume, Schäume! Schäume, Schäume! Vielen Dank.